Und dann auch noch kilometerweit. In Techn-Team bei Ludwigs Lust haben ein paar ganz sportliche sogar ein Rennen draus gemacht. Und das nun mittlerweile schon zum vierten Mal. Zwölf Bierkästen und die sind heute mal Sportgeräte. Kaum vorstellbar, aber beim Bierkästenrennen in Techn-Team völlig normal. Drei Leute bilden ein Team. Dieses Team bekommt am Start einen leeren Kasten mit 24 Lehrgutsinhalt. Muss eine Laufstrecke von circa vier Kilometern ablaufen. Und dabei sind sechs Stationen auf dem Weg aufgestellt, wo sie kleinere Aufgaben erledigen müssen. Und halt an den Stationen ihr Bier trinken dürfen. Titelverteidiger sind die Klarmacher aus Ludwigs Lust. Was habt ihr denn für einen Plan, um zu gewinnen? Wie macht ihr das? Ja, kleine Vorbereitung. Okay, Leute, jetzt go. Ein paar Touren drehen, ein bisschen laufen, ein bisschen schwimmen. Alle ein bisschen swallig angehaucht und ein bisschen trinken natürlich auch nebenbei. Ganz klar. Ja, und gehen wir rein ins Trennen und gewinnen das Ding ganz leicht. Und man spricht hier. Alle drei Minuten ein Start und mit jedem steigt die Pulsfrequenz. Von der Freizeit hat man Reitwetter bestimmt schon. Aber ab der ersten Schöpfung geht er. Der Fetter wieder ruhig. Die Leute, die vom Körper her die Aussage haben, das Wetter einigermaßen abkönnen, vielleicht unterwegs sich mal den Finger reinstecken, sind dann doch eher besser dran, im Ziel anzukommen, als die versuchen auf Druck alles drin zu behalten. Jogi, Olli und Holzwurm haben gute Chancen, den Wanderlokal wieder mit nach Hause zu nehmen. Alle drei sind Freizeitkicker, Rettungsschwimmer oder erfahren Radrennen. Frage. Ähm, Helmut Kohl hat einen kurzen, Arnold Schwarzenegger einen langen. Ehepaare benutzen ihn auch gemeinsam. Ein Jungblatt. Nach der ersten Station geht's mit sechs leeren Flaschen an der Kiste wieder auf die Strecke. Ein guter Kilometer bis zum nächsten. Die Kleinmacher überholen gleich zwei Teams. Ihr seid jetzt drei Muskeltiere und die Prinzessin. Die sind in den Fängen von den Bösen und die müsst ihr jetzt befreien. Gell, ein bisschen mit Sprachgesang, ne, so wie sie früher gesprochen haben. Kacken fechten gegen einen imaginären Feind. Hier zählt schauspielerisches Talent. Das ist echt schwierig eigentlich. Aber es muss aus dem Bier gehen, das. Und weiter zur nächsten Station. Dort erste Verzögerungen bei der Konkurrenten. Die drei schaffen ihre Aufgabe fielerfrei. Kein zusätzliches Strafbücher außer der Wertung. 13 im Kasten, drei dazu. 16 von 24 Punkten haben sie nach der Hälfte der Strecke sicher. Beim Zielwerfen gibt es dann das erste Strafbier. Aber die Bilanz ist gut. Nur das ist das hier entscheidend. Das muss wohl sein, vorher. Eben. Kommt so angekennste ankommen, was sollst du noch mal? Jene drei Bier auf Ecken, oder das wird nichts. Das sind so Weisheiten, die interessieren eigentlich keine Sauen, ne? Alkoholweisheiten. An der vorletzten Station sind die Klarmacher schon ganz weit vorne. Und wieder überholen sie ein Team, bei dem sich das Weiterlaufen verzögert. Die sechste und letzte Station. Nach mittlerweile 42 Bier müssen sie ein 40 Zentimeter Runde umbauen. Die letzten 600 Meter schaffen sie in Rekordzeit. Nach 42 Minuten sind die drei im Ziel. 16 Minuten schneller als im vergangenen Jahr. Das letzte Team braucht gut eine Stunde länger. Kein Rekord, aber olympisch wird diese Disziplin wohl sowieso nie.